Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Brawl, ist das Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir sind jetzt direkt hier drin, in einer Powerplay-Runde. Solo. Also, Hotzone, die Map hier. Okay, nur eine Zone. Sehr interessant, warte. Ich bin nicht Team Captain, okay. Welchen Brawler sollen wir nehmen? Ich würde sagen, Digga, ich würde trauen, deine Mic zu nehmen. Achso, loi sogar. Achso, ja, loi. Ich habe deine Mic, Leute. Gadget. Ja. Und wir nehmen den hier. Richtig. Weil wir werden genau hinter dieser Mauer unten rechts einfach dann chillen. Genau neben dem kleinen See da. Und dahinter chillen wir dann. Und bewachen die Zone. Und... Ja, Digga. Oh, Tick wäre auch gut gewesen. Hätte ich Tick genommen. Fuck. Hätte ich Tick genommen, Leute. Ja, habe ich schon gemacht. Das haben die jetzt neu gemacht. Das jetzt extra so noch so kurz kommt, wegen Gadget und Starporter, weil wir das alle immer vergessen haben. Okay. So, wir gehen rein, Leute. Auf geht's. Wir sind Gold-Liga 1. Und... Ja, Digga. Let's go. Leon. Ah, nee. Das war sein Klon. Hol ihm die Leon. Ach, Digga. Ich komme einfach nicht ran, Digga. Hätte ich mal lieber Tick genommen. Okay. Komm. Haltet die Zone, Leute. Ich komme. Ich komme, Jungs. Okay, warte. Ich mach von der Seite Druck. Ich habe ihn. Ich habe die beiden auch? Doch nicht. Oh mein Gott. Ich habe keinen geholt gerade. Okay, Gail. Weg. Ich bin tot. Aktuell haben wir die Führung. Okay, gut. Gut, gut, gut. Aber... Warum schießt du nicht, Leon, Digga? Ist ja lost, Alter. Dumm wie Scheiße einfach. Bruder, er hätte mich einfach retten können vor dem, äh, Bruder. Vor der Ulti. Gar keinen Sinn. Egal. Nein. Ah, Digga. Ich werde hier drauf gehen, wenn ich jetzt nicht chille. Das Ding ist, wir müssen jetzt einfach nur kommen. Warte. Ich nehme das hier mal nach unten, Bro. So. Auf den Klon gegangen. Perfekto. Okay, warte. Und kommt der dritte im Bunde? Habe ich. Ich bin auch tot, aber egal. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Digga, es hat ziemlich lange gedauert. Okay. Round two. Let's go. Und Leute, ey, checkt auf jeden Fall nach diesem Video meinen Bro-Hashtag-Shorts-Kanal ab. Das ist mein dritter Game-Äh-YouTube-Kanal. Das war mein zweiter Gaming-Kanal. Dort lade ich jetzt jeden Tag Kurzvideos hoch. Okay, hol ihn, hol ihn. Hä, anstatt dass er... Okay, egal. Link in der Bio. Ach, hat er mich habs genommen. Ich warte hier kurz. Ich chill hier. Ich komm jetzt. Digga, wo ist er jetzt? Oh mein Gott. Komm. Na und ich kill ihn auch damit nicht. Nice, Alter. Ach du Scheiße, Bro. Werden wir die Runde jetzt wirklich verlieren? Das kann ich nicht zulassen. Kill ihn doch, Leon, Digga. Was ist denn der Mission? Okay, immerhin, warte. Er ist auch tot. Er ist auch tot. Boom. Junge. Werden wir aber niemals schaffen. Bro, die haben so viel. Unmöglich, Digga. Der Leon ist next level lost, glaube ich. Ich glaube, wirklich, Bruder, mit ihm haben wir verloren. Katastrophe. Und übrigens, Leute, falls euch wundert, wegen dem Thumbnail, wer von euch hat diesen Skin? Ich bin wirklich gespannt, weil ich habe gesehen, 100 Spiele muss man dafür gewinnen. Next level, Bro. 100 Powerliga-Spiele einfach spielen, Digga. Und das gewinnen, also 100 Stück gewinnen. Das heißt, ungefähr 150 Spielen. Vielleicht auch noch mehr. Geistkrank. Ulti leider verkackt. Bro, mein Team ist einfach so lost. Ist Bibi gerade einfach gegen das Geschütz reingerusht? Ich schwöre, ich... Bruder. Nein. Ah. Das war's. Fackt es ab, Alter. Ich schwöre. Was habe ich für dumme Keks im Team? Bruder. Bitte. Ah, Tick ist nicht gestorben. Aber die Bibi ist auf jeden Fall besser als unser Leon, aber... Ja, Digga. Komm, Leon, das schaffst du. Jawohl, Leon. Ehre. Nein, ja... Hä, wie komisch. Was ist oben passiert, dass er nicht in die Zone gegangen ist? Sonst hätte ich ihn safe getroffen. Ey, wir... Wir verlieren einfach, Bro. Guck dir das an. Einfach verloren, Digga. Wie viele Trophäen hatten die? Wie viele Trophäen hatte dieser Leon? Als allererstes, Digga. Also genau diesen Skin hier, Leute. Wer hat diesen Skin? Bruder. Der Skin, Digga, ist sehr wild. Aber... Ja. Ich weiß nicht. Guck mal. Mein 8-Wit-Skin war auch sehr teuer. Ich weiß noch, damals 300 Gems. Bruder. Auch sehr wilder Skin. Aber... Wie viele Trophäen hatten die? Jetzt bin ich gespannt. 18k, Digga. Original, so hat er auch gespielt. Doch, noch... Ja. Ja, doch. Bruder. Er hat 15k gehabt, Lul. Er hat 19k, 13k, 16k. Gegen wen habe ich hier verloren, Digga? Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, Leute. Das war es ganz schnell mit diesem Video. Haut rein. Lasst ein Like da. Checkt jetzt den Bro-Kurz-Video-Kanal ab. Einfach bei YouTube Bro-Hashtag-Shorts angeben. Dann seht ihr das. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.